Bäume bleiben am besten frisch wenn sie frisch geschlagen werden und die Gelegenheit haben sie bei mir im Kälberteil. Sie können sich aussuchen Rotfichten, Blaufichten, serbische Fichten, Nordmann-Tannen und auch Kiefern. Natürlich sind auch einige schon vorbereitet in unseren Ständern, die sind einige Tage alt. Dort empfiehlt es sich die Bäume eingenetzt zu lassen, sie in den Keller zu stellen und erst an dem Tag wenn sie geschmückt werden hoch in die Wohnung zu holen. Sehr günstig sind natürlich Ständer, die Bäume ins Wasser versorgen, weil der Baum fängt in der Wohnung an zu atmen, das Wasser wird verdunstet und da hat man sogar bei einer Nordmann-Tanne ein leicht wenig den Fichten- Geruch bzw. Tannengeruch, was sonst vor allen Dingen bei der Blaufichte besonders intensiv und würzig ist.